. Jetzt bin ich aber lang gesessen. Jetzt möchte ich zum Schluss noch ein Thema ansprechen. Und zwar, ich war noch zum Haben. Ja, ich war noch Single. Ich bin schon sehr lange Single. Schon seit ich 18 bin. Und davor auch schon. Aber seit ich 18 bin, wird das einfach ein bisschen zur Belastung. Und jetzt nicht für mich, sondern für meine Oma. Und für den alten Club bei uns im Dorf. Wissen Sie, wenn man mit 25 im Bayerischen Wald noch keine Beziehung hat, dann zündet für dich der alten Club eine Opferkerze nach. Ja, das belastet meine Oma so. Das ist eine ganz große Belastung für meine Oma. Dann sucht sie immer das Gespräch mit mir. An Weihnachten ist immer ganz schlimm. Weil da wird die Oma so sentimental. Ich weiß nicht, ist das der Punsch? Wir stehen auf dem Christbaum, wir singen tolle Lieder. Und ich weiß ganz genau, spätestens bei ihr Kinderlein kommet. Alle Augen auf mich. Sagt Oma wieder, Martin, was ist denn los? Wieder ein Jahr vorbei. Ich sehe niemanden. Sag ich, ja, ich auch nicht. Schüsst den Herrn immer. Weißt du, so greislich bist du nicht. Geh halt mal runter von der Bühne. Geh zu einem jungen Fräulein hin, stellst dich vor. Du sagst, grüß Gott, Martin Frank, Landwirtsohn, sagst sie, wir ham a Biogasanlag daheim. Abbezahlt. Und wenn das nicht gelangt, dann sagst du sie, ausser, denn wir ham a 49 Riempfiger daheim. Aber eins hätt noch bloß. Da muss ich sagen, das wundert mich eigentlich, dass meine Oma überhaupt mit so einem Thema da herkommt. Weil, seien wir uns ehrlich, am Bauernhof, da red man nicht so über Liebe. Da wird man auch nicht aufgeklärt. Das hab ich schon selber machen müssen. Ich war ja bis zu meinem 18. Lebensjahr der festen Überzeugung, dass der Besammer ... Mein leiblicher Papist. Ja, das muss jetzt vielleicht im Hofbräuhaus erklären. Aber wir ham a Riempfiger daheim. Und ab und zu stiert Riempfig. Aber wir ham a kein Stier daheim. Sondern unser Stier heißt Obermaierkarl. Und der Papa ruft dann an. Dann kommt der vorbei, zieckt seine lange Handschuhe an. Der gepisst da rauf. Dann gelangt er hinten in die Kuh rein. Rührt um. Ich weiß auch nicht, was er tut da drin. Dann wieder raus. Und neun Monate später kommt der Flatsch. Wie durch Zauberhand a Kaiwerft. Und dann steh ich da. Ich seh das zwei Mal in der Woche. Mit meinen vier, fünf, sechzeh Jahren. Und denk mir schon, ja mei. Und warum soll das bei der Mama anders gewesen sein? Das hat mir keiner gesagt. Und meine Oma hätt ja so gern, dass ich mir Sonnenleitner-Katharina nimm. Aber die hat sich noch nie für mich interessiert. Jetzt hat's schon wieder einen anderen Freund. Die haut's gerade so raus. Ganz lang war das der Wilmer Toni. Das ist unser CSU-Ortsvorsitzender. Jetzt hat's einen Weber-Alphons. Das ist unser Feuerwehrkommandant. Von dem ist sogar schwanger. Das wollt's eh schon lang. Aber beim Toni hat's nicht hingehaut. Und das versteh ich auch. Wissen Sie, ein Feuerwehrkommandant kann besser mit einem Schlauch umgehen wie ein CSU-Ortsvorsitzender. Der hat ja da eine Ausbildung dafür. Und meine Oma sagt immer, mei, wenn der dort nicht geht, wart helfen zu blöd. Die macht's nicht so schnell. Und die macht's nicht so schnell. Zinsenang und Twins sind alles, das macht's nicht so schnell, denn ich mache es nicht so schnell. Und wenn wir das nicht so schnell stehen, dann wird das nicht so schnell. Die macht's vieles historia, denn ich mache es nicht so schnell. Vielen Dank.